Jo, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Wir gehen weiter, hell yeah. Oh, ich wollte mir gerade Muni nehmen. Okay. Das ist wirklich nicht weit. Okay, machen wir. Kriegen wir hin? Schieße in kontrollierten Feuerstößen, um deine Präzision... Ja, komm, das überlass mal lieber mir, ne? Das war nur ein Tippspiel, aber ist okay. Aber es ist schon beeindruckend, wie sich die Spiele entwickelt haben. Ich meine, früher, in den 90ern, 80ern, da hat man, da wurden die ganzen... Da musste man auch immer um die Ecke denken, um das Spiel durchzukriegen. Natürlich mit Skill verbunden, viel Skill verbunden. Und heute... Äh, kriegst du hier sogar Tipps vorgehalten oder Sachen, die dir was vereinfacht. Ja, und ich nehme jetzt erstmal einen Sniper. Finde ich geil. Warum hat er das gerade geleckt? Finde ich nicht schön. Und Schalli natürlich. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Das wäre mega dumm. Bleib doch mal locker hier. Wo sind sie? Oh, die feinen Herren! Okay. Hä? Keine Granate? Verdammt! Verdammt! So! Da-da! Da-da! Wo laufen sie denn? So, okay, weiter. Wie sie nicht genug von mir kriegen, ey. Das ist ja unglaublich, ey. Ich bin beliebt, mein Freund. So. Da hab ich ja nichts mehr, leider Gottes. Kacke. Noch wer? Nein, sehr gut. So, weg mit dir, mein Gott. Ey, seid ihr anhänglich, ey. Maximale Panzerung. Bege. Ja. Bege. 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 Mal gucken. Sind dann die nächsten Herren. Dann wandert der genau um die Ecke, ey. Ist okay, ne? Ja, er ist wie ein Panzer, genau. Panzer, ich begrüße Sie. So, nice gemacht. So, okay. So, okay. Wie kommen denn hier noch, ey? Okay. Okay. Da oben scheint ja auch noch einer zu sein. Was ist denn das für ein Spacko, ey? Okay. Oh, Granaten. Ferienkampf, Ska. Okay. Okay. Kurzpause. So, geht weiter. Boah, sag mal, wie viele sollen denn hier noch kommen, ey? Das soll mich wohl schon auf das LP zu Ninja Guiden 2 vorbereiten ein bisschen. Da kommen ja auch die Gegner in den Horden. Hä? Bitte? Jetzt? Oh, fuck. So, stirb. Na, komm. Na, komm. Danke. So, okay. Passt. Gibt's sonst noch hier? Verstanden. Ey, wie ich hier beliebt bin. Das ist ja unglaublich. Wo sind denn hier die Gegner? Okay. Okay, der ist auch tot. Okay. Ich werde warten. So, gehen wir mal ein bisschen... Saures, den netten Herrn vom Dienst. So. Nehmen wir die mal mit. So, weg. Mann. Könnt ihr mich... Könnt ihr mich mal in Ruhe sterben gehen? Wie ich's euch gesagt hab. Wie ich's euch gesagt hab. Mein Gott, nochmal. Seid ihr anhänglich. Meine Fresse, ey. Wurde das euch beigebracht in eurer Ausbildung? Ich denke nicht. Diese schlechten Eigenschaften. Ist ja unglaublich. So, okay. Okay. Verstanden. Weiter so. Oh, lololol. Oh, ich sag's euch. Ist das geil. Ist das mir geil, du. Oh, ich könnte hier Referate drüber halten, du. So. Schon mal dran gedacht, äh... Weiter zu laufen? Wäre nur mal so ein Vorschlag, aber... Auf jeden Fall sinnvoll. Hä? Okay. Warum treff ich grad nicht? Oh mein, ich bin so schlecht, ey. Ich sag's dir, ich bin so schlecht gerade. Tarnfeld aktiviert. Oh. 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 Fuck. Ja, ich weiß. Ziel ist im Tarnmodus. Los, lad dich auf, lad dich auf. Komm, Anzug, komm. Oh mein Gott. Oh, ich hab hiermit gar nicht drauf geachtet, sich mal nachzuladen. Da ist einer oben. Fuck. Fuck. So ein Hitler, ey. Boah. Egal, ich würd sagen, wir machen im nächsten Part an dieser Stelle, oder, machen wir an dieser Stelle weiter. Leute. Ja, wir machen an dieser Stelle, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, Leute. Oh, geloll, olololololololololololol. Bis zum nächsten Mal.